Das ist nur eine direkte Mischung, dass ich hier welche drinnen habe. Das muss sehr gut sein. Ich spüre es jetzt wieder. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Auauch. Auauch. Doch bei dir ist es schon besser zwischen kann, mit dir wieder ähm, mit ganz rechtem Lover. ut Ouuuch Du hast du getroffen Hey 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 Das ist eine Minute. Die mächteste Waffe in dem Spiel. Sie sind ja tot. Ach, wir haben jetzt den Granat behalten. So, wo musste ich lang? Lieber jetzt auffüllen als gar keine Munizorm. Oh, du, 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 du. Ich weiß immer noch nicht wohin. Äh... Wutze. Ich werde mich erschrocken. Ich weiß, dass ich das Teil irgendwo hin platzieren muss. Wir probieren es einfach mal raus, hier. Nein, ich verletze mich niemals selber. Halt anders so. Ne? Ah. Hallo. Hallo. Teile. Kommt wieder. Ich weiß nicht, wo ich flanken muss. Ich glaube, beim ersten Durchbruch muss ich auch, ehrlich sagen. Ah, Muni. Ich gehe davon aus, dass es irgendwo hier unten hin muss. Hier wahrscheinlich. Da. Oh, no, no, no. Ich spiele Fußball. Los! Ähm, Tommy dribbelt alles aus. Er ist das Held des Universums. Was? Warum geht das Scheiß Teil nicht kaputt? Da. Ich weiß doch nicht mehr, wo ich gehen muss. Tür ist ja verschlossen. Ich bin ja sicher, dass man da runter gehen muss. Da gab es folgieren Weg. Ach ja. Wo ist das denn? Ach da! Paar Schäntchen drauf! Doch das ist... Ich muss mich nicht aufhören. Autsch, Paktteile, mag ich nicht, sondern ich weiß nicht mehr welche Schwäche, welche Schwäche die ich nicht habe und welche Waffe, ich muss vergessen, äh, ich glaube, auch und komm, das ist gut Aua, das ist gut Das ist schon besser, ja, ich muss nicht sagen Ah, die ist ziemlich weit hinten gewesen. Und da habe ich auch meinen Körper verlieben sehen. Ja. Wie hier diese Spülmiga vermoppen will. Ja, die ist ja voll scheiße. Na, dafür ist der Zug, der Schmeister. Oh. Hallo. Okay. Ich habe verstanden. Lass mich mit, lass mich mit, lass mich mit. Ah. Ich werde sterben, ich werde sterben, ich werde sterben. Nein, ich werde nicht sterben. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Ich stoppe die... ...neißer sein... ...kuckuckuck... 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 ...kommschuun... ...ah... ...kuckuckuck... ...kuckuck... Au! Au! Ich weiß nicht, ich hatte es sensiert, das zu holen. Wo bin ich? Ich bin vor dem Fest. Oh! Wow! Der Laser ist ein fester Gegenstand. Lass mich durch! Warum ist hier ein Gitter und wenn ich ein Pascons bin, nicht? Ey, gib mir jetzt Dank. Lass mich durch! Ich bin ein Arzt! Lass mich durch! 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 Pfui! Aus! Bäh! Lass mich durch! Hm! Unglaublich! Wer hätte damit gerechnet! Tommy dribbelt den Ball wieder! Er dribbelt ihn! Lass mich durch! Lass mich durch! Lass mich durch! Schon wieder! Ich weiss nicht! Schickel! Derenciascomplex bekommt! eigentlich ach ich würde sagen das war es dann ja das war es dann auch von Puey bei dieses Mal und in diesem Kapitel wieder und bis dahin tschüss